Ihr seid auf der Suche nach den billigsten Ultimate Team Coins bzw. FIFA Points? Dann checkt auf jeden Fall gerne den ersten Link unten in der Beschreibung aus zu meinem Sponsor Golda und spart dort dann nochmal mit dem Code DGTV 3% bei eurem Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wahrscheinlich ist Conor Chaplin von Portsmouth einfach mal zu St. Pauli gewechselt. Alles klar? Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge der FIFA 17 1860 München Simulate 2 Glory Karriere. Der immer noch längste Name einer Serie hier auf meinem Kanal. Falls ihr mehr von der 1860 München STG sehen möchtet, letzten Tage kam das Ganze ja nicht, weil wir Spielerkarriere hatten und so weiter. Ich habe das Ganze auch im Livestream so ein bisschen erklärt gehabt, dass wenn ich eben so ein bisschen Ahnung habe, wie ich die Folge ja von der Kreativität her gestalte, ich dann eher das mache, wo ich die Ahnung habe, als eben das mache, was jetzt irgendwie schon zwei Tage her ist. Also das heißt, dass ich da lieber darauf achte, dass die Folge auch wirklich gut wird, anstatt dass ich einfach irgendwie einfach einem Uploadplan oder quasi einem Plan hinterherlaufe. Von wegen an dem Tag kommt jetzt Spielerkarriere und an dem Tag jetzt die 1860 München STG. Wenn ich weiß, Spielerkarriere, da will ich das und das machen und bei der 1860 München STG weiß ich es jetzt noch nicht wirklich, dann mache ich eben lieber Spielerkarriere. So ist das zumindest bei mir immer. Die Leute, die die letzte Folge nicht gesehen haben, können das Ganze echt ziemlich gerne abchecken, war so eine Rauf-Runter-Folge. Am Anfang waren wir ziemlich, ziemlich am Boden. Wir waren so in Richtung Abstieg eigentlich von der Tabellenposition, aber letzten Endes haben wir uns dann nochmal hochgekämpft und sind momentan nach 17 Spieltagen Vierter in der 2. Bundesliga. Bisher eine ziemlich ordentliche Leistung für die heutige Folge sind Wintertransfers angesagt. Und das Ganze natürlich mit euren Transfervorsteigen. Lasst natürlich auch gerne als Unterstützung für die heutige Folge der 1860 München STG euren Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn wir wieder 3000 Likes auf die heutige Folge packen würden. Ich glaube an die Hashtag DGTV Army und denke wirklich, eben weil es auch eine Transferfolge ist, interessieren natürlich immer mehr Menschen so, was da jetzt letztendlich passieren wird in der Transferphase, welche Spieler wir holen, welche Spieler gehen und so weiter. Das interessiert natürlich immer mehr Leute, deswegen würde mich euer Support auf die heutige Folge mega freuen. Ansonsten checkt natürlich auch Links in der Beschreibung aus zu Instagram, zu Twitter, zu Golda und sonst was. Und jetzt haben wir den Standardkram durch und starten rein in die Folge. Falls die Audioqualität immer noch nicht perfekt sein sollte, liegt das Ganze einfach daran, dass ich jetzt in meinem neuen Zimmer bin. Wie gesagt, Roomtour kommt dann, wenn das alles hier fertig ist und ich selber auch damit zufrieden bin und sagen kann, dazu wird es jetzt Roomtour geben. Aber es ist natürlich immer noch nicht alles voll, das heißt es halt ein bisschen. Die Audioqualität könnte minimal schlechter sein als sonst, aber das wird dann auch die Tage wieder besser. Versprochen. Ihr habt mir unten in die Kommentare geschrieben, dass sich jetzt natürlich die Trainingseinheiten so ein bisschen ändern sollte. Wir haben jetzt unter anderem einige Spieler mit einem sehr ordentlichen 70er Rating und könnten jetzt natürlich auch solche Spieler wie Upamecano oder eben zum Beispiel auch Udukai trainieren, dass die vom Rating her so ein bisschen aufholen. Denn wir wollen natürlich nicht nur die Spieler pushen jetzt wie Selke und Wellenreuter, sondern so einen ausgeglichenen Kader haben. Und deswegen werden wir einfach mal Selke aus der Trainingseinheit nehmen und dafür kommt Udukai rein. Unterstelle von Dudziak, der sein Potenzial ja schon fast ausgeschöpft hat, hat glaube ich ein 76er Potenzial und ist jetzt schon bei einer 72. Dafür kommt Upamecano rein und damit gehen wir rein in die erste Trainingseinheit der heutigen Folge. Drei Innenverteidiger werden trainiert, daneben noch Stefaniak und Wellenreuter. Und die Trainingseinheit sieht, na, nicht so gut aus. Für die Transferphase habe ich natürlich einiges geplant. Jetzt von unserem Kader her will ich jetzt nicht so viele Spieler verkaufen. Ich möchte den Kader jetzt auch nicht krass wirklich anders gestalten. Michi Dindl kehrt von seiner fünfmonatigen Verletzungspause auch endlich mal wieder zurück. Das ist natürlich eine geile Nachricht, muss man sagen. Was Besseres gibt es doch eigentlich gar nicht für 1860 München. Um noch mal auf den Punkt zurückzukommen. Also ich würde jetzt ungerne wieder komplett was an der Mannschaft verändern. Also so ein paar Ergänzungen kann man natürlich gerne machen. Spieler, wenn wir Transferangebote reinbekommen sollten, können natürlich auch verkauft werden. Also werden wir da mal schauen. Los geht es jetzt mit der Transferphase und wir bekommen direkt zwei Transferangebote rein. Und zwar einmal für Timon Wellenreuter von PSV Eindhoven. Da würde ich aber ganz gerne 10 Millionen haben und nicht die 3,1 Millionen, die Eindhoven bietet. Und ein Angebot von... Gut, ich weiß jetzt nicht, woher dieser Verein kommt, aber sie bieten 4,7 Millionen für Stefaniak. Der würde ich aber ganz gerne 8 Millionen haben. Mal schauen, was dieser Verein dazu sagen wird. Und ein Angebot von Montpellier. Okay, der Verein sagt mir schon ein bisschen mehr, aber es kommt aus Frankreich, aus der Ligue 1 und da verlangen wir ebenfalls 8 Millionen. So, Monatsbericht der Jugendmannschaft. Da schauen wir rein und haben... Oh mein Gott, der ist krass. Tom Schäfer, 17 Jahre alt, 59er Gesamtrating, 81 bis 94er Potenzial. Der wird auf alle Fälle verpflichtet. Ansonsten haben wir daneben auch noch Emil Engel, der ebenfalls nicht schlecht aussieht. 16 Jahre jung, Torhüter, 76er bis 94er Potenzial, ist auch ziemlich ordentlich. Niklas Neumann sieht auch nach einem nicht wirklich schlechten aus, aber hat gerade mal ein 40er Rating. Das ist schon ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen schwach im Vergleich zum Beispiel zu Tom Schäfer. Und auch der Jan Engel hier sieht ziemlich krass aus. Zentraler Mittelfeldspieler mit 73 bis 93 Potenzial. Mal schauen, wie der sich jetzt so bei den nächsten Berichten entwickeln wird. Und den Oliver Klein hier, den können wir freigeben. So, bevor wir zu unserem Kader kommen, wen ich da vielleicht gerne verkaufen würde, nochmal kurz eine Trainingseinheit dazwischen. Und da gibt es auch direkt die Upgrades für Stefaniak und für Tilo Kera jeweils auf die 73er Gesamtbewertung. Und zwar, was man an unserem Kader verändern könnte, so vom Prinzip her will ich jetzt nicht so viel ändern, wie schon gerade eben erwähnt. Wittek ist natürlich vom Rating her, hängt so ein bisschen hinterher hinter den anderen, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Also ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt einen neuen Linksverteidiger deswegen holen. Aigner würde ich wahrscheinlich auf die Transferliste setzen. Der ist zwar einer unserer Topscorer und wahrscheinlich auch für die zweite Bundesliga vielleicht ein bisschen zu gut. Und das ist eben der Punkt. 29 Jahre alt, vom Rating her ziemlich hoch. 76, also schon ziemlich ordentlich. Der beste Spieler neben Selke und natürlich Mikkel Merino in unserem Kader. Und er würde einige Millionen bringen. Also warum sollte ich ihn nicht auf die Transferliste setzen? Dazu ist er 29 Jahre alt und beginnt sich schon langsam, aber sicher zurückzuentwickeln. Das heißt, da setze ich ihn lieber auf die Transferliste. Wir kassieren nochmal ein paar Millionen, kaufen den ordentlichen Ersatz und dafür bekommen wir eben die Millionen und Aigner es verkauft. Ansonsten will ich jetzt von unserem Kader nicht so viel verkaufen. Wir haben natürlich noch ein paar Spiele auf der Transferliste, die wir verkaufen wollten. Aber ansonsten will ich da nicht viel verändern. Also ich muss sagen, talentemäßig sieht unsere Wunschliste mal gar nicht schlecht aus. Wir haben Manuel Locatelli, Emre Morg, Christian Pulisic, Kai Havertz, Valentino Lazaro, Vincent Thiel, Justin Kluivert, Mois Kien und Alexander Issa. Also einige ziemlich interessante Talente. Vor allem Locatelli, noch nie im Karrieremodus ausprobiert. Finde ich mittlerweile echt richtig interessant. Hat ein 85er Potenzial. Könnte man ausprobieren. Pulisic ist so ein bisschen, wahrscheinlich eher zukunftsbedingtes Denken, weil der kostet auch mega viel. Wahrscheinlich jetzt schon, weiß ich nicht. Eine 80, okay, ein bisschen übertrieben. Knapp unter 80 müsste er mittlerweile haben. Kai Havertz finde ich auch echt richtig interessant. Sehr großes Talent von Leverkusen. Kann flexibel einsetzbar sein. Rechtsmittelfeld, ZM und Mittelstürmer. Also sehr flexibel einsetzbar. Konnte beim Spiel gegen Atletico Madrid nicht spielen, weil er eine Vor-Abi-Klausur schreiben musste. Also da merkt man schon, Schule geht vor. Kai Havertz, 17 Jahre jung. Absolutes Megatalent von Bayern, nur für Leverkusen. Dann Lazaro von Salzburg habe ich nicht wirklich oft von gehört. Aber scheint ein ziemlich krasses Talent zu sein von Salzburg. Wird wahrscheinlich in der Zukunft zu RB Leipzig wechseln. Vielleicht könnten wir da aber so ein bisschen zu vorkommen. Vincent Thiel, der eigentlich mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, könnte aber dann doch vielleicht zu 1860 München wechseln. Scheint auch ein richtig krasses Talent zu sein aus Luxemburg und ist Mittelstürmer. Dazu genauso wie Mäusekin, einfach mal 16 Jahre alt. Muss man sich mal geben. 16 Jahre alt. Dann Justin Kluivert als Sohn der Legende Kluivert. Ich weiß auch nicht, wo sein Vater gespielte, aber er scheint eine krasse Legende zu sein aus den Niederlanden. Und da haben wir eben seinen Sohn, der in FIFA im Karrieremodus auch ein ziemlich krasses Talent ist. Und natürlich auch in echt. Und Alexander Isak von Dortmund, der wird im Karrieremodus wahrscheinlich nie zum Einsatz kommen. 17 Jahre jung. Krasses Talent, würde als nächster Ibrahimovic bezeichnet. Den könnte man natürlich auch holen. Aber das sind natürlich alles nur Vorstellungen. Vom Geld her, muss man sagen, würde vielleicht einer dieser Spieler gerade hinhauen. Ich weiß ja nicht, was ihr alle mit diesem Kien habt. Aber scheinbar wollen ihn sehr viele Leute sehen. Sein Vertrag läuft in sechs Monaten aus. Und wir bieten einfach mal 400.000 an Juventus. Und jetzt starten wir mal so richtig rein in die Winter-Transferphase. Ich bin gespannt, was wir so für Angebote reinbekommen werden. Transfer-Angebot für Timon Wellenreuther. Es scheint nicht gerade eine abwechslungsreiche Transferphase zu werden. Zumindest was Angebote an uns angeht. Union Berlin, na, ist ein direkter Konkurrent aus der Liga. Würde ich jetzt ungerne Wellenreuther. Der etwas unerfolgreichere Lacazette, der übrigens der Cousin von Alexandre Lacazette ist und nicht der Bruder, so wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, würde ganz gerne verliehen werden. Und den Wunsch werden wir jetzt auch einfach mal nachgehen. Dem Wunsch werden wir natürlich nachgehen. Grammatik ist da. Felix Udukay würde ganz gerne über sein Gehalt sprechen. Dem Wunsch werden wir ebenfalls nachgehen. Und gehen mal kurz in die Verträge rein. Oh, ich bin einfach zu unkompetent. Gehen kurz in die Verträge rein und schauen dann mal. Udukay verdient momentan 2000 Euro pro Woche und möchte 2600 haben. Das kann er gerne haben. Einige meinten noch, dass ich einfach bei den freien Spielern mal gucken soll, ob es da vielleicht den ein oder anderen gar nicht mal so schlechten Spieler gibt, wie zum Beispiel Kaicedo hier. Scheint ja gar nicht so schlecht zu sein. Ansonsten können wir da mal weiter schauen. Die Spieler scouten wir natürlich erstmal, weil ich will jetzt keine Spieler verpflichten, wo ich nicht weiß, was die für eine Gesamtbewertung haben. Den scouten wir natürlich erstmal, denn ich will natürlich auch keine Spieler verpflichten, wo ich jetzt nicht weiß, was die für eine Gesamtbewertung haben. Jetzt stellt euch mal vor, wir verpflichten den. Wir denken, dass der, weiß ich nicht, einen 80 hat und im Endeffekt hat er eine 60 oder so. Der sieht mir hier echt nicht verkehrt aus, obwohl der hat eigentlich nur vier Werte, die auf 80 sein könnten. Der Rest sieht halt nicht so gut aus, aber wir scouten ihn einfach mal. Und auch der Chinese hier scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Wir scouten die einfach mal alle und schauen dann mal, was sie für ein Rating haben. Ich meine, vielleicht verpassen wir ja jetzt hier gerade Jahrhunderttalente, wenn wir die nicht mal scouten würden. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir hier, weiß ich nicht, wie viele Zings auf der freien Spielerliste haben? Wir haben hier Karanjit Singh, dann haben wir German Brett Singh, dann haben wir Robin Singh und Seth Yasen Singh und Takitan Singh und bestimmt noch ganz viele andere, die ich gerade übersehen habe. Ich glaube, gefühlt die halbe indische Nationalmannschaft besteht einfach nur aus einem Namen. Singh. Wow, noch ein Transferangebot und zwar für Marvin Stefaniak. Diesmal kommt es aus der Bundesliga von Hertha, die 5,5 Millionen bieten. Wir verlangen mal 9 Millionen. Erstklassige Nachwuchsarbeit bei 1860 München. Man kennt es ja mittlerweile. 400.000 für Kien sind zu wenig. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich meine, sein Vertrag läuft in sechs Monaten aus. Er hat nicht gerade einen hohen Marktwert, er hat kein hohes Rating, aber okay. Wir bieten mal ein bisschen mehr, nämlich 600.000. Uh, noch ein Angebot. Ja, wahrscheinlich für Timon Wellenreuther. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich meine, wir haben, glaube ich, ein paar mehr interessante Spieler als Stefaniak und Timon Wellenreuther. Was jetzt nicht heißen soll, dass die beiden uninteressant sind, nur irgendwie ist es ein bisschen komisch, dass die halbe Welt nur hinter zwei Spielern von uns her ist. Wow, noch mehr Transferangebote und wieder für Stefaniak und Wellenreuther. Ich könnte kotzen. Das redet mich gerade irgendwie echt ein bisschen auf, Leute. Das redet mich gerade wirklich ein bisschen auf, dass hier wirklich nur für zwei Spieler Transferangebote reinkommen. So, ich meine, als wäre der Rest unserer Mannschaft irgendwie einfach schlecht und als wären die zwei wichtigsten Spieler. Sind sie halt nicht mal. Und da kommt direkt die erste geile Nachricht, denn neun Millionen für Marvin Stefaniak, den wir, glaube ich, im Tausch mit Sascha Mölders und einer Million geholt haben, wurden einfach mal akzeptiert von der Hertha. Transferangebot. Oh, welch Wunder für Timon Wellenreuther. Ach, ich habe in der nächsten Random-Verein aus Europa jetzt noch ein Angebot für Timon Wellenreuther gemacht. Dann lehne ich jetzt einfach mal alle Angebote ab und auch alle künftigen Angebote. Weil ich habe keinen Bock mehr, dass irgendwelche FC-Kick daneben meinen Timon Wellenreuther haben wollen und dann irgendwelche Summen wie drei Millionen bieten. So, das sehe ich gar nicht ein. Der hat ein 75er-Rating mittlerweile. Ja, Frankfurt ist auch so ein Verein. Etabliert in der Bundesliga, bietet aber nicht mehr als 3,9 Millionen für Timon Wellenreuther. Sehe ich gar nicht ein. Und Groningen, da hatten wir das Ganze jetzt mit der Hertha. Das heißt, das können wir auch ablehnen, das Angebot für Stefan. Ja, Groningen hat Interesse nicht nur an Stefaniak, sondern auch an Wellenreuther. Die wollen uns aufkaufen. Der böse FC Groningen. Da wir natürlich auch ein Ziel haben, was die Jugendarbeit betrifft, müssen wir jetzt mal hier gucken, dass wir am besten ein paar Verteidiger mitnehmen. Da haben wir unter anderem, haben wir den hier, Christoph Kaiser, der Verteidiger ist. Wir müssen sie ja nur verpflichten. Wir müssen sie ja jetzt nicht weiter fördern. Aber das Verpflichten gilt. Und ich glaube, da sollten wir jetzt auch eigentlich durch sein oder schon ein bisschen was haben. Gucken wir mal ganz kurz rein. Und zwar haben wir bisher einen Spieler verpflichtet. Einen von drei Verteidigern, was die Jugendarademie angeht. Weitere Transferangebote? Nee, nee, ganz ehrlich, nein. Künftige Angebote ablehnen für Timon Wellenreuther. Das sehe ich gar nicht meinen, dass irgendwelche FC Toulouse jetzt irgendwie ein Angebot für Timon Wellenreuther machen. Ja, jetzt kommt auch noch Hannover 96 an, die Interesse an Stefaniak haben, aber nicht in der eigenen Liga. Ich werde Stefaniak sicherlich nicht in der zweiten Bundesliga verkaufen. Und auch nicht an Stuttgart oder Hannover 96. Transferangebot für Stefaniak. Ich dachte, wir haben den jetzt verkauft. Wird auch langsam aber sicher mal Zeit, dass hier jetzt irgendwie der Deal durchgeht, weil irgendwie mache ich mir jetzt hier schon Sorgen. Wer ist denn alles hinter Stefaniak her? Sasso, Localtio, Brügge, Gang. Wer kommt denn gleich? Der FC Barcelona vielleicht? Barcelona ist die perfekte Überleitung für die Leute, die dir das heutige erste Video noch nicht abgecheckt haben. Das Experiment, was wäre, wenn MSN bei Darmstadt spielen würde? Checkt das Ganze mal gerne ab. Also war mal wieder ein ziemlich interessantes Video, wie ich fand. Könnt ihr gerne abchecken das Ganze. Und damit ist Marvin Stefaniak verkauft an die Hertha für 9 Millionen. Deal ist in trockenen Tüchern. Und dann schauen wir mal. Juventus Turin 1,2 Millionen verlangen sie immer noch für Kien. Das ist mir echt ein bisschen zu viel Geld. Aber viele wollen den sehen. Und mittlerweile haben wir das Geld. Deswegen bieten wir mal langsam aber sicher so in Richtung dieser 1,2 Millionen, nämlich 900.000. Auf der Suche nach einem Ersatz für Stefaniak bin ich hier bei Vincenzo Grifo stehen geblieben. Ich weiß halt nicht, was der für ein Rating hat. Freiburg wird den bestimmt nicht für wenig Geld ziehen lassen. Aber wir schauen einfach mal, scouten den. Und das gleiche gilt auch für Serge Gnabry. Auch wenn der wahrscheinlich von der Ablösesumme ein bisschen zu weit oben für uns ist. Glaubt mir, wenn euch irgendjemand erzählen möchte, dass es unglaublich einfach ist, einen linken Flügel- bzw. linken Mittelfeldspieler zu finden, der jung ist, Potenzial hat, nicht zu teuer ist und nicht zu unrealistisch ist. Für 1860 München, dann hat der Typ entweder keine Ahnung oder lügt euch ganz dreist an. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Entweder wir investieren unser ganzes Geld in Christian Pulisic und sind nicht mal sicher, dass wir ihn bekommen können. Oder wir versuchen es mit Vincenzo Grifo. Henry Onyekuru, niemals gehört, spielt in Belgien, hat ein sehr gutes Potenzial. Nämlich, was hat er für ein Potenzial? Onyekuru hat ein 85er Potenzial, kann links und rechts Mittelfeld spielen. Oder wir versuchen es mit Matthäus Pereira. Alle jeweils nicht uninteressant. Wir werden jetzt hier auch schon mal die ersten Angebote machen. Und zwar für Onyekuru. Der hat nämlich einen Marktwert von 3,7 Millionen. Das heißt, da werden wir mal anfangen mit 4 Millionen. Also wir können da schon ordentlich Gewinn machen mit dem Deal von Stefaniak und eben einem hoffentlich billigen Ersatz. Dann haben wir Matthäus Pereira. Der hat einen Marktwert von 6 Millionen. Das heißt, da werden wir auch mal gut und gerne 6 Millionen an Sporting Lissabon bieten. Und bevor ich es vergesse, Lazaro ist auch nicht uninteressant. Der kann ebenfalls links Mittelfeld spielen. Hat zwar nun 80er Potenzial, aber würde vielleicht auch nicht so viel kosten. Wir bieten mal 3,1 Millionen. So, wir haben dann jetzt auch noch die Antworten. So, wir haben dann auch noch mal die ersten Scouting-Berichte. Und zwar für Thiel, für Locatelli, für Isaac und für Kai Havertz. Da werden wir auch schon mal so ein bisschen in die Transfer-Offensive reingehen. Und bei Kai Havertz einfach mal den Marktwert, nämlich 2,5 Millionen bieten. Gleiches tun wir bei diesem Wertenherren hier. Bei Manuel Locatelli bieten wir 4,6 Millionen an den AC Mailand. Und bei Vincent Thiel werden wir 1 Million an den FC Metz bieten. Übrigens, für die Leute, die es nicht wussten, der FC Metz ist ja schon eine etwas bekanntere Talentschmiede. Ein Verein, wo unter anderem Spieler wie Miralem Pjanic, Franck Ribéry oder Sadio Mane gespielt haben. Also man merkt schon, Spieler, die von Metz zu einer weiteren Station wechseln. In unserem Fall wäre es 1860 München. Scheint sich ja nicht so schlecht zu entwickeln. Juventus Turin hatte 900.000 Euro für Mäuse, Kien akzeptiert. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deal perfekt. Er wäre bei uns Rotationsspieler, aber er kriegt einen 5-Jahres-Vertrag mit 6.000 Euro pro Woche Gehalt. Stefaniak ist nicht mehr da, dafür werden wir jetzt aber Tom Schäfer trainieren. Denn ich glaube, der könnte ein richtig krasser werden. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen die Jugendspieler pushen. Ich glaube, das war auch eines der Ziele vom Vorstand, was die Jugendarbeit betrifft. Dass wir da die Spieler um ich weiß nicht wie viele Gesamtbewertungen pushen. Aber ich glaube, mit Tom Schäfer, der ein ziemlich krasses Potenzial, da sollte das Ganze möglich sein. Eupen würde ganz gerne 9 Millionen für Onyekuro haben. Das ist ein bisschen viel. Wir bieten mal 4,5 Millionen. Ach ja, von den freien Spielern ist keiner jetzt wirklich nennenswert. Wir haben einmal Wang Chengcha-Ciao mit einem 67er-Rating. Das mit einem 750er-Rating. Und Caicedo mit einem 67er-Rating. Also alle nicht wirklich so. Matheus Pereira, da sind wir leider geschlagen. Denn Mainz bietet 7 Millionen und das würde ich jetzt ungern für Pereira bieten. Wir könnten zwar schon Lazaro holen für 3,1 Millionen von Salzburg. Aber ich weiß nicht. Er hat halt nicht das krasse Potenzial. Aber es würde halt für den Anfang zumindest reichen. Dazu würde er Stefaniak 1 zu 1 ersetzen. Da er ein 72er-Rating hat. Okay, Stefaniak hat jetzt im Laufe der Folge eine 73 bekommen. Aber das ist mit Lazaro, denke ich mal, auch möglich. Für Thiel müssten wir 1,4 Millionen bezahlen. Da gehen wir mal auf 1,1 Millionen und schauen dann mal, was der FC Metz dazu sagen wird. Und bei Kai Havertz würde Leverkusen ganz gerne 4,2 Millionen haben. Das ist ja gar nicht mal so weit hergeholt. Da bieten wir 3 Millionen. Und damit machen wir den ersten Transfer der Winter-Transferphase perfekt. Mit Keen mit einem 63er-Rating. 16 Jahre jung. Und der wechselt für 900.000 Euro von Turin nach München. Von Juventus zu 1860 München. Und auch der Backup für... Und auch der Ersatz für Stefaniak ist gefunden. Mit Valentino Lazaro holen wir unseren zweiten Spieler in der Winter-Transferphase. Ich würde mal sagen, das ist doch ein sehr schöner Abschluss für die heutige Folge der FIFA 17 1860 München STG. Falls ihr mehr von dieser Serie sehen möchtet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Da ist einfach die beste Unterstützung. Und je mehr Daumen nach oben natürlich auf einem Video der 1860 München STG vorhanden sind, zeigt mir natürlich auch, wie viele Leute eben Bock haben auf diese Serie. Hier sind es ja vielleicht noch mehr Leute als bei der Spielerkarriere. Also lasst aber ordentlich die Daumen nach oben krachen. Vielleicht packen wir ja 3000 Likes auf die heutige Folge. Wäre echt übertrieben fresh von euch. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge weiterhin in der Winter-Transferphase wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Könnt natürlich auch gerne Transfer-Vorschläge in die Kommentare eliminieren. Bis dann, haut rein und ciao.